Ab dem 1. Dezember 2017 ist diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neuwertige Dachgeschosswohnung liegt in Herne. Das im Jahr 1900 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Die Wohnung befindet sich in der vierten Etage und wird über eine Gasetagen heizt und beheizt. Die Dachgeschosswohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 90 qm. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 660 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF, 2020